Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaas feinem Podcast Episode 328. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ja, letzte Episode war wieder Intro los, hatte ich in der Episode Pannenwoche ja schon mal und dann in der Folge danach erklärt, es gab Schwierigkeiten mit Dropbox und Daphonic, die Verbindung hat sich irgendwie gelöst, weil Dropbox wohl irgendwas an der Schnittstelle gemacht hat und ich habe zwar die Accounts wieder miteinander verbunden, aber ich hätte auch zwei Klicks mehr machen müssen und auch meine Automation wiederherstellen sollen und das habe ich jetzt dann inzwischen gemacht. Insofern, ja, dämlicher Fehler. Achtet darauf, dass ihr eure Produktionstemplates bei Daphonic im Griff habt. Und ansonsten haben wir diese Woche Kinosessel gekauft. Super aufregend. Das örtliche Kino renoviert einen Saal und haut deswegen die Sessel raus für echt kleines Geld. Eine Zweierbank für 40 Euro zum selber abholen. Das haben wir auch gemacht. Ich habe aus lauter Eile, ich habe also die letzten beiden Zweier noch bekommen, weil wir gesagt haben, Vierer kriegen wir gar nicht irgendwo unter. Jetzt sagte der Kino-Heini, man kann die auseinander bauen und dann fehlt aber auf der einen Seite eine Armlehne. Es ist kompliziert. Jedenfalls habe ich dann gar keine Zeit gehabt auszumessen, wie lange der Anhänger sein muss. Habe einfach irgendeinen gemietet. Das war auch ganz witzig, da in den Laden reinzukommen und gesagt, ach, ich wollte einen Anhänger mieten. Ja, für wann denn? Ich sage, für jetzt. Und wie lange? Zwei Stunden. Also hat das nochmal 14 Euro gekostet. Ja, und jetzt stehen die halt hier. Erstmal sind sie einfach nur da. Eine der beiden Bänke ist ziemlich abgerockt. Da sind Nähte aufgeplatzt. Und die eine Sitzfläche hat einen ziemlich ekligen Fleck. Deswegen haben wir an einen neuen Bezug gedacht. Und hier gibt es auch einen Sattler in Husum, wo ich dann mal angefragt habe, ja, neu beziehen, komplett 1300 Euro. Ja, also das ist es halt nicht. Man kann das auch einzeln reparieren, die schadhaften Stellen und den Fleck ausbessern lassen. Das kostet immer noch elfmal so viel wie der eigentliche Stuhl. Aber es ist trotzdem deutlich günstiger. Das heißt, der Plan ist jetzt, das werden wir machen lassen. Und dann kommen die beiden Sessel auf eine Holzplatte mit Filz drunter. Ich habe nur so eine grobe Ahnung, wie ich das machen will. Also irgendwie dicke Holzplatte. Von unten vielleicht ein bisschen was ausfräsen, damit ich dann von oben eine Schraube durch, unten eine Mutter ran. Und dann habe ich da so eine Aussparung. Dann Filz drunter, damit was über das Parkett bewegen können, beziehungsweise über das Laminat. Das ist so die Idee. Dann habe ich fünf Daumen maniert in meiner beiden linken Hände. Also ich bin gespannt, wie das wird. Aber das ist auf jeden Fall mal ein Projekt, um mal was mit den Händen zu machen. Das ist ja auch mal schön. Mal gucken. Ich werde euch auf dem Laufenden halten und ich werde sehr viel fluchen dabei. Ja, dann sind wir eigentlich auch schon mit den Sachen, die mir leicht fallen, zu Ende. Das andere Ding, wer meiner Herzdame bei Twitter folgt, weiß er schon, mit unserem lieben Hund Molly geht es zu Ende. Die ist eigentlich nur noch ein Häufchen Elend. Neulich war der Tierarzt da zum Hausbesuch und er sagt, also eigentlich haben wir schon zu lange gewartet. Es ist wohl nicht so, dass sie leidet, aber das kann nicht mehr lange dauern. Und dann steht man vor so einem moralischen Dilemma, weil wir eigentlich immer gedacht haben, okay, solange sie nicht leidet, müssen wir nichts tun. Also eigentlich, man möchte ja das Leben erhalten, aber andererseits möchte man eben auch Leid verhindern. Und er sagt, wenn wir merken, dass sie leidet, dann ist es schon zu spät, weil sie dann schon sich eine ganze Weile quält. Ja, und jetzt wird das wohl diese Woche geschehen, dass sie, ich hasse diesen Ausdruck, wenn Leute irgendwie Hundebesitzer oder Tierbesitzer sagen, gerne über die Regenbogenbrücke gehen, soll jeder machen, wie er meint. Für mich ist das irgendwie kein Begriff, den ich benutzen möchte. Wir lassen sie einschläfern, Punkt. Der Tierarzt kommt, setzt ihr zwei Spritzen und dann schläft sie ein. Und dann ist sie weg. Und dann lassen wir einen Tierbestatter kommen, der sie einerschen wird. Und in ihrer Ecke vom Garten wird sie dann, naja, bestattet. Keine Ahnung. Ja, alles gerade richtig scheiße. Auch alles nicht so einfach. Auch drüber zu sprechen. Ich hatte das eigentlich gar nicht vor, es groß zu thematisieren, aber irgendwie, ja, ist halt ein Thema, was mich beschäftigt. Und ja, wo ich auch das Bedürfnis habe, drüber zu sprechen. Und wo ich auf der anderen Seite sage, Mensch, eigentlich ist es doch ein bisschen zu privat. Andererseits geht meine Frau ja auch sehr öffentlich damit um und schreibt es bei Twitter, bei Facebook, was sie so damit beschäftigt. Warum soll ich es dann nicht hier im Podcast erzählen? Ja, also insofern denke ich nicht, dass nächste Woche eine neue Folge von Jörn Schaas Feinem Podcast erscheint. Heialarm ist entsprechend auch schon verschoben. Ich habe einfach gerade keinen Sinn für Heiterkeit. Ja, ich verzichte mal auf den üblichen Schluss und wünsche euch eine gute Zeit.